Eigentlich bin ich ja nicht so ein Fan von Filmen über die eigene Modellbahn, aber in den letzten Wochen wurden von unterschiedlichen Stellen mehrfach Wünsche geäußert, ich solle doch mal ein wenig mehr vom Gaswerk einen an der Waffel zeigen. In meinen Augen ist das Zeug nicht mal annähernd fertig, aber wer unbedingt will, der kann ja mal einen Blick riskieren. Neben einem genaueren Blick auf den Stand der Dinge, gebe ich auch Einblick in einige meiner Arbeitstechniken. Wer sich für dieses oder jenes Thema nicht interessiert, findet in der Videobeschreibung eine anklickbare Inhaltsübersicht. Mit ihr lassen sich Themen leicht überspringen. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage und macht euch eure eigenen Gedanken. Gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Der Plan des Gaswerks einen an der Waffel Hier ist die schon aus Teil 23 bekannte Illustration zum Aufbau des Gaswerks einen an der Waffel. Aber diesmal geht's nicht um den Gleisplan, diesmal geht's um die Gebäude, die auf dem Plan zu sehen sind. Also fangen wir an. Ganz links ist zwischen Waggonkipper und Ofenhaus die Koks-Schütt- und Sortieranlage. Der Hintergrund der linken Anlagenhälfte wird vom Ofenhaus dominiert. Links vom Ofenhaus, ganz in der Ecke, ist der Koks-Löschturm. Zwischen Koks-Löschturm und dem Turm der Koks-Schütt- und Sortieranlage besteht eine Verbindung. Es ist eine Stahlgitterbrücke, an der der Waggon mit der gelöschten Kohle in die Koks-Schütt- und Sortieranlage gezogen bzw. gehoben wird. Die Pläne für die Koks-Schütt- und Sortieranlage und für den Koks-Löschturm sind noch wenig ausgereift. Deshalb werden diese Gebäude hier in diesem Film nicht weiter behandelt. Auch das Ofenhaus selbst ist noch so wenig fortgeschritten, dass es in diesem Film nicht weiter behandelt wird. Im Grunde genommen geht es in dem Film nur um den rechten Teil der Anlage. Zu dem kommen wir jetzt. Rechts vom Ofenhaus ist eine Kokshalde angedeutet. Darüber ist eine Brücke zwischen Ofenhaus und Maschinenhaus. Das Maschinenhaus besteht aus zwei Teilen. Der rechte Teil des Maschinenhauses lehnt sich an den Teerturm an. Letzterer sitzt genau hinten rechts in der Anlagenecke. An der rechten Stirnseite des Schaukastens sitzt das Labor. Über eine Durchfahrt im Gebäude wird der Schattenbahnhof erreicht. Er sitzt also rechts außerhalb des Schaukastens. Zwischen Teerturm und Labor befindet sich außerdem ein kleines Vordach. Einen besonderen Zweck hat es nicht, da war halt einfach noch eine Lücke zu füllen. Das Labor des Gaswerks Das Gaswerkslabor war das erste Gebäude, das ich in Spur 0 gebaut habe. Die Seitenwände sollten aus 40 mm Styrodur bestehen. Gleiches gilt für die Rückwand. Dadurch geht zwar etwas Tiefe in den Räumen verloren, aber das Gebäude wird insgesamt robuster. Die Hausfassade und die Zwischendecken sollten aus 5 mm dicker Trittschalldämmung erstellt werden. Außerdem sollten Türen und Fenster von einem und demselben Anbieter kommen, um Versandkosten zu sparen. Nachdem die Größe von Türen und Fenstern festgelegt war, wurde in Adobe Illustrator der hier zu sehende Plan gezeichnet. So einen Fensterstreifen, wie ich ihn hier für das Treppenhaus eingeplant hatte, den gab es natürlich von keinem Anbieter. Also habe ich vier Rahmen übereinander zusammengeklebt. Na ja, genau genommen ist das der zweite Entwurf dieses Labors. Der erste Entwurf, von dem hier ein Papiermodell zu sehen ist, der kam mir doch etwas langweilig vor. Solche Papiermodelle sind zwar nicht besonders schön und sie sind auch ein bisschen aufwendig zu bauen, aber sie helfen doch die Proportionen abzuschätzen und Planungsfehler zu entdecken. Wenn man ausgehend von Papiermodell und Plan mal auf das fertige Modell guckt, sieht man, dass ich mich doch nicht so richtig an meinen Plan gehalten habe. Aber irgendwas ist ja immer. Was auf jeden Fall auffällt? Fensterbänke. Das Labor braucht unbedingt Fensterbänke. Aber kümmern wir uns erstmal um den Aufbau des Gebäudes. Um den zu sehen, zerlegen wir das Labor am besten. Ei Gude, wollen wir das Ding platt machen oder wie? Die Zerlegung Als erstes wird das Dach abgenommen. Es besteht aus Wellpappe, als Trägermaterial für 400er Schleifpapier. Die kleine Trippe vor dem Eingang des Labors fixiert die Front des Gebäudes. Sie muss also weggenommen werden, wenn man das Gebäude zerlegen will. Um mit der Zerlegung fortzufahren, muss das Gebäude erstmal aus einer Baugrube heraus. Jetzt müssen Fassade und Innenleben aus der Umklammerung der 40 mm Styrodurplatten entfernt werden. Das ist stellenweise ein bisschen fummelig, aber mit einem gewissen Nachdruck geht's dann doch. Ein Laborraum wurde probehalber ein wenig eingerichtet. Diese Einrichtung muss natürlich jetzt erstmal raus. Und da kommt auch gleich die ganze Etage mit Treppe und Labortisch. Wie man sieht, besteht besagter Labortisch im Wesentlichen aus Styrodurresten und einem Stück Pappe. Und jetzt kommt auch schon das andere Stockwerk. Hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen, aber da habe ich bei der Aufnahme nicht dran gedacht. Jetzt wird auf jeden Fall erstmal die Fassade rumgedreht, damit man das Innenleben sehen kann. Und da sieht man auch gleich schon einen Fehler. Die Fassade ist nur einlagig. Dadurch sitzen die Fensterrahmen an der Innenseite der Wand, anstatt in der Mitte der Wand zu sitzen. Naja, Erstlingswerk- und Anfängerfehler. Bei den nächsten Gebäuden wurde das besser. Der Zusammenbau So, und jetzt geht's auch schon wieder an den Zusammenbau. Die Treppen sind im Prinzip lauter gleich große kleine Styrodurstreifen. Um ihnen ein wenig mehr Stabilität zu geben, habe ich die Rückseite der Treppen mit Holzspachtel verspachtelt. Das Zusammensetzen des Gebäudes ist ein wenig fummelig, aber es ist auch für Grobmotoriker wie mich machbar. Und auch das obere Stockwerk kommt wieder zurück an seinen Platz. Der Treppenabgang des oberen Stockwerks hat den falschen Winkel, aber das fällt im zusammengebauten Zustand nicht auf. Jetzt noch Vorder- und Hinterteil vorsichtig zusammendrücken und schon ist das Haus wieder fast zusammen. Und ab in die Versenkung mit der Hütte. Jetzt noch Kleinteile in die Position bringen und Dach drauf und dann steht das Ding wieder da wie vorher. Und hier nochmal eine Auflistung der verwendeten Baumaterialien. Das kleine Vordach war eigentlich ein Experiment. Lässt sich die Baulücke für weniger als 2 Euro füllen. Ein paar mittelgroße Streichhölzer, ein bisschen Depronen, etwas Beize und 400er Schleifpapier. Das war's. Mehr braucht man nicht dafür. Obwohl ein paar Tropfen Weißleim und ein bisschen Fantasie sind auch sehr hilfreich. Insgesamt ist das Konstrukt relativ fragil. Man sollte es also nicht zu oft bewegen. Aber als Unterschlupf für Spinnen ist es scheinbar ausreichend stabil. Und hier nochmal eine Auflistung der verwendeten Baumaterialien. Der Teerturm Bei der Gaserzeugung fallen verschiedene Nebenprodukte an. Einerseits Teer und andererseits Ammoniak. Der Teer wird in dem Turm rechts neben dem Maschinenhaus gelagert. Der Lagerbereich für den Ammoniak ist in einem Behälter unterhalb der Laderampe vor dem Maschinenhaus. Da man das sowieso nicht sehen kann, kümmern wir uns um den Teerturm. Hier ist ein früher Entwurf des Teerturms zu sehen. Aufgabe des Teerturms auf der Anlage ist im Wesentlichen die Ecke zu kaschieren und andererseits zu verdeutlichen, dass Eisenbahnfahrzeuge doch im Vergleich zu einem Gaswerk verhältnismäßig klein sind. Es ist zwar nur das Papiermodell des Teerturms, aber im Vergleich zu der Köw ist es doch schon ganz schön imposant. Also, Ziel erreicht, Umsetzung in Styrodur. Hier die ersten Bilder. Außerhalb des Sichtbereichs kamen relativ dicke Styrodurplatten zur Anwendung. Wegen der putzähnlichen Oberflächenstruktur kamen im Sichtbereich die 5 mm Trittschalldämmungen zum Einsatz. Abgesehen von der Größe erinnert mich der Teerturm allerdings ehrlich gesagt doch ein wenig an einen depressiven Vorgartenzwerg. Naja, vielleicht ändert sich der Eindruck noch mit einem richtigen Dach. Und hier nochmal eine Auflistung der verwendeten Baumaterialien. Maschinenhaus Der hohe Teil des Maschinenhauses schließt sich direkt an den Teerturm an. Dieser Teil des Maschinenhauses ist über zwei große Gasleitungen mit dem Ofenhaus verbunden. Die Anschlüsse der Gasleitungen sind rechts neben dem großen Fenster zu sehen. Den Aufbau des Maschinenhauses zeige ich am besten mal, indem ich es zerlege. Als erstes muss der relativ provisorische Dachteil des Pumpenhauses entfernt werden. Erst nachdem das Schieferdach aufgebracht wurde, wird dieser Dachteil richtig befestigt. Als nächstes muss das Dach des Maschinenhauses entfernt werden. Erst dann kann die Fassade des Pumpenhauses entfernt werden. Nun ist die Fassade des eigentlichen Maschinenhauses dran. Was jetzt noch steht, sind Bodenplatte und tragende Wände des Maschinenhauses. Beides ist aus 40 mm Styrodur gefertigt. Als Außenwände nehme ich sehr gerne 5 mm Trittschalldämmung in Styrodur, weil das Material zumindest in 1 zu 45 die ideale Rauhputzimitation ist. Womit ich nicht ganz zufrieden bin, das sind die Backsteinmauervorsprünge. Die Backsteinstrukturen sind zwar im Prinzip eigentlich ganz okay, aber der Farbauftrag ist irgendwie missraten. Beim Granieren hatte ich halt die Farbe gestrichen, weil ich damals noch nicht die Technik kannte, Rauhstrukturen per Tupfen mit dem Borstenpinsel aufzutragen. Das ist zwar bei größeren Flächen wirklich lästig, aber die Last wird wirklich belohnt durch eine wesentlich bessere Optik. Eine weitere Sache, die mir sehr gut gefällt, sind mitten in der Wand sitzende Fenster. Da ich gerne und viel Kaffee trinke, hätte ich die Fenster nie gerade in die Wand gebracht. Also musste ich mir mit einem Trick helfen. Normalerweise ist es nicht ganz einfach, den Fensterrahmen nicht gekippt und nicht verkantet einzubauen. Aber wenn man die Fensterscheibe ein klein wenig größer ausschneidet als den Rahmen, dann sitzt der Fensterrahmen quasi zwangsweise parallel zur Wand. Und das Schöne, das bekommt man sogar mit einer Überdosis Kaffee hin. An dem Bild kann man übrigens noch was sehen. Wenn man eine bestimmte Fensterform oder Fenstergröße nicht findet, kann man sie auch aus verschiedenen Fenstern zusammensetzen. Die ungewöhnliche Form des Fensters vom Pumpenhaus habe ich aus sechs verschiedenen Fensterrahmen zusammengesetzt. So genug jetzt von der Außenseite der Wand. Gucken wir uns mal die Innenseite an. Die sieht man ja sonst eigentlich gar nicht. Aus der Perspektive sieht man auch ganz gut den Sandwich-artigen Aufbau der Wand. Die Basis dieser Wand bildet die 5 mm Trittschalldämmung aus Styrodur. Davor sitzen 3 mm Depronen als Mauervorsprung, der von außen zu sehen ist. Und dahinter sitzen 3 mm Depronen, welche die Wand hinter dem Fenster fortsetzen sollen. Hier ist übrigens der erste Versuch, der eben schon erwähnten Tupftechnik zu sehen. Das hellbraun wurde noch gestrichen, aber das dunkelbraun wurde schon getupft. Normalerweise ist das Depronen glatt wie ein Kinderpropo, aber durch das Tupfen bekommt es richtig Struktur. Und schon geht es wieder an den Zusammenbau. Im Prinzip also gerade dasselbe, nur umgekehrte Reihenfolge. Die eben näher betrachtete Wand kommt wieder an ihren Platz. Dicht darauf folgt die Fassade vom Maschinenhaus. Auch das aus Pappe gebastelte Schieferdach wartet noch auf seinen letzten Anstrich. Auch das Pumpmaus wartet noch auf sein Schieferdach. Aber ich habe da sowas von keinen Bock drauf. Ich mache vielleicht doch ein Blechdach drauf. Und hier nochmal eine Auflistung der verwendeten Baumaterialien. So, das war es wieder mal für heute. Was darf es denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch. Das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich verarbeitbar sein. Und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.